Ja, und auch diesmal kann ich nichts anderes sagen als, das Geld ist immer noch weg. Klappe Bill! Hallo, hier ist MovieSeeker. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Freunde dieses Kanals. Ich komme nochmal um die Ecke für euch mit einem sozusagen nachgeschobenen Nachklapp-Pickup-Video. Gerne hätte ich euch diese Woche mit einem etwas aufwendigeren Video erfreut, aber leider fehlt mir momentan einfach die Zeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich aus der Not eine Tugend und stelle euch heute die übrigen Titel, die mehrheitlich Vorbestellungen sind, vor, die jetzt seit dem Ende des letzten Videos von letzter Woche reingekommen sind. Ich hatte erwähnt, ich habe deswegen mein Budget so überzogen, weil ich noch so ein paar Vorbestellungen in der Pipeline habe und die sind jetzt da. Also zeige ich euch die heute auch noch und da sind auch ein paar ganz schöne Stücke dabei. Tatsächlich habe ich noch einige Vorbestellungen mehr in der Pipeline, die kommen aber zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt stelle ich euch erstmal vor, was jetzt seit dem letzten Video reingekommen ist. Und ja, da beginne ich auch gleich mit zwei Filmen, bei denen ich eine Weile überlegt habe, dann habe ich aber gute Rezensionen gelesen. Das sind tatsächlich, ganz entgegen meiner normalen Sammelpolitik, zwei Blindkäufe. Aber ich habe im Vorfeld Rezensionen gewälzt und das Gefühl bekommen, da muss ich mal reinschauen. Denn es geht um die drei Musketiere von Alexandre Dumas, ein klassischer Abenteuer-Mantel-und-Degen-Roman, der natürlich oft schon verfilmt wurde und von denen auch einige Verfilmungen hier stehen. Als letztes die klassische Verfilmung aus den 70er mit Richard Chamberlain als kardinalische Jö, die ich im Tauschpaket von Marc und Dani von Hörmer zu Hörspieler hatte, Gruß geht raus an dieser Stelle an euch beide, an Marc und Dani. Ja, aber es gibt natürlich noch viele andere Verfilmungen und zwei der neuesten, die tatsächlich auch direkt aus Frankreich kommen. Die habe ich mir jetzt an Land gezogen, nachdem ich interessante Dinge gelesen habe. Ich habe mich inhaltlich nicht so sehr gespoilert, die Geschichte kennt man ja. Offensichtlich ist das Ganze auch ein bisschen modernisiert, was so die Kampfsequenzen angeht. Es handelt sich um die beiden Filme und die mache ich jetzt einfach mal im Doppelpack. Die drei Musketiere d'Artagnan und die drei Musketiere My Lady, vor kurzem rausgekommen. Die beiden hängen inhaltlich zusammen, sind beide vom selben französischen Regisseur inszeniert und haben beide Eva Green als Lady de Winter in einer der Hauptrollen neben den titelgebenden drei Musketieren natürlich. Das sind wie gesagt zwei französische Produktionen und ich bin sehr gespannt, ob die Rezensionen, die teilweise ja doch sehr positiv waren, diesem Mantel und Degen Abenteuer gerecht werden. Ich habe gehört, die Geschichte ist im Grunde die, die man so kennt, wenn man ein bisschen drei Musketiere schon mal gesehen hat in irgendwelchen Verfilmungen. Das Ganze ist aber wohl ein bisschen modernisiert, vor allem was Inszenierung und Kampfszenen angeht. Da bin ich doch recht gespannt drauf und da die Rezensionen, die ich gelesen habe, doch ziemlich gut waren, habe ich mir gedacht, ich schaffe mir jetzt beides an. Ehrlich gesagt muss ich euch ein kleines Geständnis machen. Der erste Teil d'Artagnan lag tatsächlich hier letzte Woche schon, als ich mein letztes Pickup-Video gemacht habe. Aber da habe ich ihn rausgelassen, weil ich ja wusste, meine Vorbestellung, My Lady, ist bereits unterwegs. Und dann habe ich mir gedacht, ach, dann stellst du die in einem späteren Video einfach zusammen vor. Das macht ja auch inhaltlich mehr Sinn. Ich habe tatsächlich gehört, dass nicht nur der erste, sondern auch der zweite Teil ein offenes Ende beinhalten. Soweit, denke ich, kann ich spoilern. Sondern es scheint nämlich tatsächlich so zu sein, dass ein dritter Teil angedacht ist, der aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht erschienen ist. Da lasse ich mich mal überraschen und sichte erst mal die ersten beiden Teile, wo ich mir wirklich sehr viel von verspreche, weil die Rezensionen, wie gesagt, entsprechend gut waren. Und ich persönlich schätze die Schausprinion Eva Green ja auch sehr, seit ich sie das erste Mal so richtig bewusst wahrnahm in Penny Dreadful, wo sie ja diesen Charakter gespielt hat, der ständig von Dämonen verfolgt wird. Das hat sie großartig gemacht. Und deswegen verspreche ich mir tatsächlich auch einiges von ihrer Darstellung hier in den drei Musketieren. Ich habe ja sogar gelesen, dass sie die zielgegebende Musketiere tatsächlich an die Wand spielt. Ich bin da sehr gespannt, was die Filme zu bieten haben und wie sie dieses Jahr inzwischen doch recht bekannte Thema jetzt umsetzen. Ob das frisch ist, ob einen das abholt. Ich werde berichten, wenn ich es gesehen habe. Aber schön, dass ich die beiden jetzt in mein ziemlich überfülltes Abenteuerregal noch habe quetschen können. Und wenn der dritte Teil kommt, muss ich umorganisieren. Das kriege ich aber auch noch irgendwie hin. Das waren die ersten beiden Filme für heute. Die drei Musketiere, D'Artagnan und My Lady. Ja, bin gespannt. Hat die von euch schon jemand gesehen? Könnt ihr mir sagen, ob die sich lohnen? Ich hoffe, der Blindkauf war jetzt kein Fehler. Ich bin gespannt. Und wie gesagt, werde bei Zeiten berichten. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Film, der definitiv in der Horrorecke verortet werden kann. Auch den habe ich jetzt schon seit einer Weile vorbestellt gehabt. Jetzt ist er endlich angekommen. Und zwar habe ich, dass ich da eine Anschaffungsabsicht hege, tatsächlich in einem der letzten Videos erwähnt. Nämlich in meinem Crimson Peak Video. Und zwar habe ich mich ja im Vorfeld, als ich die Crimson Peak Limited 4K Edition vorgestellt habe, ein bisschen mit dem Bonusmaterial auf der Scheibe auseinandergesetzt und ein bisschen gelesen. Und da hat Del Toro ja gesagt, und das habe ich in dem Video damals auch gesagt, hat Del Toro gesagt, die Filme, die ihm persönlich aus seinem Oeuvre am nächsten sind, sind tatsächlich Crimson Peak. Ja, dann Pans Labyrinth, wen wundert's. Und tatsächlich auch der Film, der jetzt vor kurzem als vorbestellte Scheibe jetzt bei mir eingetroffen ist, nämlich The Devil's Backbone. Und das ist ein Film, der so ein bisschen aus den früheren Zeiten von Guillermo Del Toros Oeuvre stammt. Ähm, im Horrorgenre wildert und aber schon ganz viele Themen beinhaltet, die später in Del Toros Filmen ja auch wichtig werden würden. Zum Beispiel, der Film ist übrigens von 2001, ähm, da sind solche Themen drin, wie das faschistisch geprägte Spanien, ähm, die jungen Kinder, die so ein bisschen, ähm, erwachsen werden müssen, die selbstständig werden müssen, die Kraft sammeln müssen, um all den schlimmen, übernatürlichen Dingen trotzen zu können, mit denen sie im Laufe des Films konfrontiert werden. Ja, das ist auch hier nicht anders. Der Film spielt nämlich in einem Waisenhaus, wie gesagt, zu Zeiten des faschistisch geprägten Spaniens. Und dort trifft ein Waisenkind auf übernatürliche Erscheinungen. Und mehr weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, denn im Crimson Peak Bonus Material, wo dieser Film ja öfter mal erwähnt wurde, als wichtiger Einfluss und persönlicher Film für Del Toro, der ihm sehr wichtig ist, ähm, wurden nur einzelne Ausschnitte gezeigt. Deswegen weiß ich nichts Genaues über die Story, eigentlich nur das, was ich euch jetzt erzählt habe. Und so habe ich es hultvoll auch gelassen, bevor ich mir das Ding angeschafft habe, denn ich möchte ihn ja möglichst unvoreingenommen sichten, denn ich kenne zwar Del Toros Themen, aber nicht diesen Film und das möchte ich jetzt gerne ändern. Und deswegen bin ich sehr gespannt darauf, ob The Devil's Backbone für mich funktionieren wird. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht den auch, äh, diesen Film auch schon der ein oder andere von euch kennt. Auch da wäre ich natürlich gespannt auf eure Meinung, ob es der sich lohnt. Ich hatte von den Ausschnitten, die ich bisher so gesehen habe, mehrheitlich im Crimson Peak, 4K, äh, Disc Bonus Material, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass sich das lohnen könnte. Ich bin sehr gespannt auf nicht nur Inszenierung, sondern auch Geschichte. Und, äh, ja, ähm, das war eine Sache, auf die ich sehr neugierig war. Und jetzt ist sie da und das freut mich. So, wir machen weiter in diesem Vorbestellungs-Pick-up für, äh, Vorbestellung aus dem Mai 2024. Der nächste Film ist... Okay, also ich muss wirklich zugeben, das interessiert mich zwar vom Thema her, aber ich habe echt mit mir gerungen, ob ich mir den anschaffen sollte und ich habe einen Trailer gesehen. Den blende ich euch jetzt mal ein, dann werdet ihr wahrscheinlich sehen, was ich meine. Es geht um Phil Tippett's Mad God. Und, ähm, das ist ein Animationsfilm von niemand geringem als Phil Tippett. Und wenn ihr jetzt sagt, Phil Tippett, wer ist das denn? Sage ich es euch jetzt, Phil Tippett ist einer der absolut, ähm, wichtigen Spezial-Effekt-Schmiede, der sich vor allem mit Stop-Motion in der Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Der hat mit solchen Sachen angefangen, wie mit Episode 4 Star Wars. Eine neue Hoffnung. Ja, in den 70ern hat er also angefangen, war ein Teil des Gründungskaders bei ILM, der schon ganz früh, ähm, dazukam in den späten 70ern, frühen 80ern an Star Wars, wie gesagt, was die Stop-Motion-Modelle dort mit, äh, anging, mitgearbeitet hat. Er hat später zusammen mit anderen auch die sogenannte Go-Motion aus der Taufe gehoben, die ja zum Beispiel in Rückkehr der Jedi-Ritter eingesetzt wurde für die, für die ATS-T's auf dem Waldmond Endor, die halt dort, ähm, mit Go-Motion animiert wurden, die so eine gewisse Bewegungsunschärfe reinbringen und ein bisschen realistischer aussehen als die traditionelle Stop-Motion. Phil Tippett hat dann später aber noch andere Dinge gemacht, hat sich auch den Computer-Animationen zugewandt. Zum Beispiel in Dragonheart war er mitverantwortlich für die Animation des Drachen und er hat aber immer, er ist immer der Stop-Motion als Thema treu geblieben und jetzt hat er Matt Gott, wie gesagt, gemacht, wo ihr hier vielleicht jetzt schon ein paar Bilder gesehen habt und wenn ihr die jetzt gesehen habt, werdet ihr vielleicht, ähm, ja, eruieren können, warum ich so ein bisschen mit mir gerungen habe, mir den Film anzuschaffen, denn, äh, das Ding sieht ziemlich verstörend aus, gesprochen wird auch nicht viel und es ist halt auch eine sehr simple Story von einem Assassinen, der halt in die Unterwelt abtaucht und versucht dort, äh, äh, jemand Böses zu besiegen. Mehr weiß ich auch gar nicht über die Story, ich hab mich im Vorfeld auch gar nicht weiter mit auseinandergesetzt, um mich nicht zu spoilern. Die Bilder sind sehr verstörend, das Ganze soll ganz, ganz heftig und fast schon surreal, es kann mir sogar inkohärent sein, was ich in der Rezension bisher so gelesen habe und ich hab mir echt überlegt, ob ich das, das Experiment, das filmische Experiment wagen und Phil Tippetts, ähm, äh, Stop-Motion-Baby hier eine Chance geben soll. Das Ding gibt's ja auch im Mediabook und ich hab, das Mediabook war ganz schön teuer und ich hab mir das Mediabook tatsächlich nicht angeschafft. Ich habe stattdessen, ähm, meinen Blick nach England gerichtet, denn ich hab mir gedacht, hey, bei so einem Film brauche ich sowieso keine deutsche Tonspur, vor allem, wenn sowieso nicht so viel gesprochen wird. Und so hab ich mir Mad God jetzt aus England importiert als Blu-ray-Scheibe, die tatsächlich trotz Versandkosten, äh, und Zollkosten wesentlich günstiger war, als es das Mediabook gewesen wäre, wenn ich mir das angeschafft hätte. So hab ich jetzt hier die britische Blu-ray am Start, die ich natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesichtet habe. Deswegen kann ich euch nicht sagen, ob Mad God so verstörend und heftig ist, wie, äh, wie ich es aufgrund des Trailers annehme und ob Mad God tatsächlich für mich etwas ist, was für mich funktioniert. Ob das kompletter, brutaler, splättriger, viszeraler Stop-Motion-Selbstzweck ist oder ob das tatsächlich ein Meisterwerk ist, wie es von einigen Feuilleton-Leuten betitelt wird, ich kann's einfach nicht sagen. Hier steht drauf, Phil Tippett is a Master. Da werde ich definitiv nicht dagegen argumentieren, Phil Tippett hat Großes für die Special Effects im Bereich Stop-Motion und Computeranimation geleistet. Ob Mad God aber für mich funktioniert, das steht auf einem ganz anderen Pergamentblatt. Ähm, ich weiß es nicht, ich werde Mad God sichten, ich habe mir angeschafft, ihr wisst ja, Leute, ich schaffe mir keine Filme an, die ich nicht auch vorhabe zu gucken. Deswegen, ich möchte Mad God eine Chance geben, ich möchte den sichten. Ich habe keine Ahnung, ob der für mich funktioniert. Vielleicht bin ich total abgestoßen, vielleicht feiere ich den auch total. Ich kann's euch jetzt noch nicht sagen, vielleicht lande ich auch irgendwo in der Mitte. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass ich, sobald ich den gesichtet habe, in nächster Zeit mal wieder einen Film, den ich nachgeholt habe, Video machen werde, um euch davon zu berichten, wie der Film für mich, ähm, funktioniert hat und ob er überhaupt funktioniert hat. Und ja, einen Film, den ich nachgeholt habe, Video, wollte ich eigentlich schon heute für euch machen, aber bei mir ist momentan so viel zu tun, dass ich das nicht geschafft habe und so machen wir halt gemütlich noch ein paar Pickups, mit denen ich jetzt direkt weitermache. Und jetzt komme ich zu etwas, was ein netter YouTube-Kollege mir empfohlen hat, nämlich der gute Marc von Marc's Filmstube. Ähm, ich versuche daran zu denken, seinen Kanal für euch in der Videobeschreibung zu verlinken. Mit Marc habe ich damals in der Anfangszeit der Nebendarsteller auch ein paar nette Livestreams gemacht und, ähm, habe mich immer gut mit ihm verstanden und, äh, der hat jetzt seinen eigenen kleinen Kanal wieder reaktiviert. Marc's Filmstube, wie gesagt. Schaut da mal vorbei. Ich finde den Mann sehr sympathisch. Er ist ein großer Halloween-Fan, was ich definitiv nicht bin, aber, hey, das sei ihm ja belassen. Da würde ich ihm keinen Vorwurf machen, jeder wie er will. Äh, der gute Marc macht aber schöne, nette Videos und ich finde, da solltet ihr mal reinschauen. Marc, wenn du das siehst, nochmal einmal Grüße an dich. Vielen Dank, dass du mir den folgenden Filmen, den ich euch jetzt vorstellen möchte, ähm, empfohlen hast. Denn es geht tatsächlich um eine Stephen-King-Verfilmung. Äh, es gab ja mal eine Weile, da habe ich in der Anfangszeit meines Kanals eigentlich kein Pickup-Video verstreichen lassen, ohne mir irgendwas Neues ins Stephen-King-Regal zu stellen. Ich habe ja ein Stephen-King-Regal-Brett, wo ich alle möglichen Verfilmungen stehen habe. Und dieses King-Regal-Brett ist jetzt offiziell voll mit dem letzten Titel. Das heißt, wenn ich mir jetzt demnächst neue King-Verfilmungen anschaffe, muss ich ein weiteres Regal-Brett irgendwo aufmachen. Mal gucken. Äh, auf jeden Fall ist das hier jetzt im Mediabook, tatsächlich im Blu-ray-Media-Book, Kujo. Und das ist ein Film, den hatte ich, ähm, den habe ich immer noch nicht gesehen. Den kenne ich überhaupt nicht. Der ist von 1983. Gesehen habe ich ihn nicht mit Dee Wallace. Nicht nur E.T.'s Mutter, sondern auch gruselgenre-mäßig auch in der einen oder anderen King-Verfilmung bereits schon unterwegs gewesen. Ähm, Dee Wallace in Kujo, ähm, ja, ich habe, wie gesagt, den Film nicht gesehen. Ich hatte ihn auch nicht wirklich auf dem Schirm. Und ich muss sagen, ich habe viele, viele, viele Stephen-King-Bücher gelesen, als durchaus Stephen-King-Fan. Aber Kujo habe ich bisher nicht gelesen. Und dann stieß ich halt auf das Video vom guten Marc, äh, auf dem Kanal Max-Filmstube. Und der hat nicht nur den Film, sondern auch das Buch empfohlen. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt führst du das Buch nochmal wieder zu Gemüte, da bin ich gerade bei. Bin so etwa halb durch durch Kujo, habe da auch durchaus meine Freude mit. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich den Film noch nicht gesichtet habe. Obwohl die Vorbestellung, die ich jetzt vor einer Weile getätigt habe, jetzt endlich bei mir eingetroffen ist. Denn Kujo, ähm, da möchte ich noch ein bisschen warten. Ich möchte jetzt wirklich erst das Buch durchgelesen haben, bevor ich den Film sichte, wie sich das gehört für Buchverfilmung. Jawohl! Aber sagen wir mal so, ähm, ich bin gespannt auf die Verfilmung. Sie wird im Allgemeinen ja durchaus gelobt, was ich bisher so gelesen habe. Ich habe mich aber in Bezug darauf, was sie gegenüber dem Buch geändert haben, nicht spoilern wollen. Ähm, was sie geändert haben und ob der Film für mich funktioniert. Das werde ich in einem späteren Film, mit dem ich nachgeholt habe, Video gerne für euch verhandeln. Aber ich muss jetzt erst mal das Buch durchlesen. Und wenn ich mir den Träder so ansehe, bin ich schon gespannt, äh, wie sie das Pooh von King, das ja auch so ein bisschen mit kindlichen und erwachsenen Urängsten spielt. Nicht nur in Bezug auf tollwürdige Hunde. Ähm, da bin ich ja sehr gespannt, wie viel davon es tatsächlich in den fertigen Filmen geschafft hat. Wie gesagt, ähm, ich habe mir das Mediabook geholt, weil, äh, ich keine einzelne MRA zu dem Zeitpunkt, kriegen konnte. Und ich konnte natürlich auch tatsächlich nur noch dieses Cover B hier bekommen, was ich euch nochmal ein bisschen jetzt prominenter an die Kamera halten möchte. Ähm, das ist aber okay für mich, denn ich habe den Film ja nicht wegen des Covers gekauft. Nicht mal unbedingt wegen des Mediabooks, ähm, sondern einfach, um den Film jetzt mal nachholen zu können. Ähm, hier ist das Backcover von, vom Kujo Mediabook. Man sieht hier schon ein, zwei Szenen, wo ich sage, jupp, das kenne ich aus dem Buch. Obwohl ich erst halb durch bin. Und hier haben wir das Spine-Mion. Äh, ja. Da steht tatsächlich, jetzt habe ich nämlich noch gar nicht drauf geguckt, 40... 40... Achso, das ist das, äh, 40 Anniversary Mediabook. Das war mir gar nicht klar. Und ich halte es schon wieder falsch rum. Okay, ähm, also 40 Anniversary Mediabook. Gut, schön. Nehmen wir doch. Und jetzt klappe ich das mal kurz auf für euch, dass ihr einen kleinen Eindruck bekommen. Was ich sehr schön finde, ist, dass wir hier nicht nur nochmal ein Titelbild haben, ne? Nope, nothing wrong here. Das ist natürlich cool. Das ist ein Satz aus dem Buch. Ähm, wie der zusammenhängt, sage ich jetzt noch nicht. Aber, ähm, das bezieht sich auch auf einen Handlungsstrang des Buches. Und hier haben wir tatsächlich die Blu-ray mit, erfreulicherweise, dem Directors Cut. Ich weiß jetzt gar nicht, was bei dem Directors Cut anders ist, als bei der normalen Kinofassung. Aber schön, das er beinigt. Ich freue mich natürlich immer über sowas. Wir haben hier den Directors Cut und ich glaube, das sind die Monster Words, die hier drauf sind, oder? Ich gucke mal kurz. Ähm, Monsters, stay out of this room. You have no business here. No monsters under Ted's bed. You can't fit under there. No monsters hiding in Ted's closet. It's too small there. Ja, sehr cool. Es geht nämlich um einen Jungen, der Angst hat vor dem Monster in seinem Wandschrank. In dem Buch und offensichtlich ja auch im Film. Und sein Vater, ich habe das jetzt nicht komplett vorgelesen, sein Vater schreibt ihm dann die sogenannten Monsterworte auf einen Zettel, den er in sein Zimmer hängt, der die Monster fernhalten soll. Deswegen habe ich ja gar ein Stückchen von vorgelesen. Das scheint es also in dem Film geschafft zu haben, was cool ist. Denn es wird nicht nur, wie ich gerade gesagt habe, mit den Urängsten von Erwachsenen, sondern auch mit den Urängsten von Kindern gespielt. Und das Monster am Wandschrank ist ja natürlich ein Klassiker. Und wie das mit Kujo zusammenhängt und mit einem verstorbenen Serienmörder, das möchte ich natürlich für euch jetzt nicht spoilern. So, wir haben auf der letzten Seite des Mediabooks dann tatsächlich auch noch mal eine Discs, die ich auch mal rauspflücke. Das ist nämlich jetzt die Kinofassung. Und das ist tatsächlich auch eins der Buchcover und tatsächlich auch eins der Filmplakate, die ich tatsächlich von damals aus den 80ern noch kenne, obwohl ich den Film, wie gesagt, nicht gesehen habe. Hier haben wir ja die Monsterworts. So, sehr schön, wie die beiden Scheiben bedruckt sind, finde ich. Und ihr müsstet mir mal sagen, soll ich mir gleich den Directors Cut ansehen oder die Kinofassung? Ich neige zum Directors Cut. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, was sie da geändert haben. Sag mir mal, ob es Sinn macht, sich zuerst die Kinofassung anzusehen, sonst würde ich nämlich tatsächlich mit dem Directors Cut anfangen. Ich bin sicher, da draußen gibt es ein paar Leute, die den Film kennen, auch wenn ich das noch nicht tue. So, dann gucken wir uns das Mediabook ein bisschen an. Es spiegelt ein bisschen. Ich bitte, das zu entschuldigen. So, wir haben hier tatsächlich noch mal das Cover in schwarz-weiß. Ich frage mich, ob das bei jeder Fassung so war oder nur hier bei Cover B, dass Cover B hier noch mal ist. Aber da habe ich jetzt kein Problem mit. Und auf der anderen Seite halt das Titelbild mit Nope, Nothing Wrong Here. Und auf der letzten Seite haben wir dann noch einmal hier das Cast-Foto. Ich würde sagen, von der Cast des Films mit dem Jungen, der Mutter und dem Vater. Und hier tatsächlich noch mal ein alternatives Plakatmotiv für Kujo. Ich weiß gar nicht, ob das ein Mediabook-Cover war. Das könnt ihr mir mal erzählen, ihr Verpackungssammler, die ihr das bestimmt mehr wisst als ich. Ich habe einfach das einzige Mediabook bestellt, das ich noch kriegen konnte. Und das war halt dieses hier mit Cover B. So, dann gucken wir mal. Das Mediabook ist tatsächlich, wirkt recht gehaltvoll von der Seitenanzahl, enthält aber, wie ich beim ersten Durchblättern gesehen habe, schon sehr viele Bilder. Aber sieht natürlich trotzdem cool aus. Und wir haben offensichtlich zumindest auch ein bisschen Text, zumindest hier. Was ich immer sehr schön finde bei solchen Mediabooks, und das finde ich tatsächlich auch bei Kujo sehr schön, ist, dass es hier alternative Plakatmotive gibt. Ich bin ja immer für alternatives Bildmaterial sehr dankbar. Und so auch hier. Und hier haben wir tatsächlich... Ja, genau. Das gibt Nostalgie-Flashes für Movie Seeker. Das ist nämlich das alte Videokassetten-VHS-Cover, was damals auch so in den Videotheken stand. Ich habe den Film, wie gesagt, nie ausgeliehen, nie gesehen, aber das Cover habe ich noch im Kopf. Das war tatsächlich dann auch auf ein paar Ausgaben des Romans. Daher kenne ich das ganz gut. Und ich muss sagen, es hat sich mir nostalgisch so ein bisschen eingebrannt, auch wenn ich den Film nicht kenne. So, hier ist nochmal das alternative Cover, was tatsächlich hier auf der letzten Seite in schwarz-weiß ist. Kann man über die Doppelung denken, wie man will. Mich stört sie jetzt nicht so sehr, aber es ist halt ein alternatives Plakatcover. So, und hier haben wir dann weitere Texte. Ich habe mir das noch nicht durchgelesen, liebe Leute. Aber es sind offensichtlich allgemeine Produktionsnotizen zu Stephen King-Verfilmungen im Allgemeinen und Kujo im Besonderen. Hier haben wir wieder zwei alternative Plakatmotive. Wie gesagt, ich finde es schön, dass die drin sind. Ich hoffe nur, sie gehen nicht zu Lasten des Informationsgehaltes des Textes, der hier tatsächlich auch weitergeht. Also es ist nicht so, dass es gar keinen Text hätte. Die Bilder scheinen mir aber so ein bisschen die Überhand zu haben in diesem Mediabook. Auch hier nochmal. Was ich schön finde, ein paar Magazin-Anzeigen, die hier noch mit drin sind. Das ist natürlich schon eine schöne Sache. Hier geht der Text weiter. Kann ich noch nichts zu sagen, muss ich erst mal lesen. Hier ein weiterer Zeitschriften-Ausschnitt. Hier geht der Text weiter. Ihr seht das. Oh doch, ja, ein bisschen Text haben wir aber schon. Zwei weitere alternative Plakatmotive. Mir ist ja gar nicht klar, dass es von Kujo so viele alternative Plakatmotive gibt. Und hier dann nochmal Cars und Crew und das Ende des Artikels. Mal sehen, was jetzt noch kommt, ob ein weiterer Artikel kommt. Hier haben wir tatsächlich nochmal das Motiv, aber nicht mit dem Videokassettenrahmen, sondern nochmal für sich genommen. Ist fast ein bisschen redundant aus meiner Sicht. Hier haben wir dann noch ein Szenenbild aus dem Film. Doppelseitig diesmal. Noch ein Szenenbild aus dem Film doppelseitig. Noch ein Szenenbild aus dem Film doppelseitig. Und erstaunlicherweise noch ein Szenenbild aus dem Film doppelseitig. Und noch eins, weil es so schön war. Lass mich raten. Da nochmal ein einseitiges. Und hier haben wir nochmal, ziemlich am Ende, einen Albtraum, der jeden Heim suchen kann. Die Produktion. Oh, hier gibt es tatsächlich noch ein bisschen Text. Okay, liebe Leute. Ja, ich war jetzt ein bisschen am Meckern. Das Ganze ist relativ bilderlastig. Aber hey, es enthält zumindest Text. Und der Text, der hier drin ist, den muss ich dann nochmal lesen in Bezug auf den Informationsgehalt. Auch das werde ich euch gern dem Film, den ich nachgeholt habe, wie in dem ich den Film dann irgendwann mal bespreche, bei Gelegenheit nochmal verorten. Aber ich denke, Kujo, das ist ein ganz hübsches Mediabook. Und vor allem die alternativen Plakatmotive gefallen mir gut. Mal sehen, was der Text zu bieten hat. Aber ich bin natürlich froh, wenn ich jetzt den Roman gelesen habe, dass ich den Film dann endlich mal nachholen kann. Vielen Dank nochmal, was Kujo angeht, an den guten Marc von Marc's Filmstube für den netten Tipp. Und ja, wir machen auch gleich weiter. Wir machen weiter. Und jetzt kommen wir tatsächlich auch zu der nächsten Sonderedition. Ja, noch eine Sonderedition habe ich heute für euch. Und ja, ihr wisst ja, was ich in Bezug auf die ganzen Disney-Star-Wars-Tealbuchs gesagt habe. Ihr könnt euch nicht erinnern. Ich bin behämmert. Und deswegen komme ich jetzt um die Ecke mit Wer hätte es gedacht? Obi-Wan Kenobi. Noch eine Vorbestellung, die jetzt endlich eingetroffen ist, die Obi-Wan Kenobi Serie. Und ja, man kann jetzt meckern, das Spielbook ist ganz schön teuer, aber wer braucht die Serie? Ich brauche die Serie. Ich bin ein großer Obi-Wan Kenobi Fan. Ich liebe Hugh McGregor als Obi-Wan Kenobi. Er war für mich mit das Beste an den Prequels. Er ist nach wie vor mein Obi-Wan Kenobi der Herzen. Und ich hätte damals nicht gedacht, als die Prequels starteten, dass ich neben Alec Guinness als Obi-Wan noch einen zweiten Obi-Wan Kenobi dulden könnte. Hugh McGregor hat es möglich gemacht. Und dafür bin ich ihm immer noch sehr dankbar. Und deswegen, muss ich sagen, bin ich auch froh, dass es diese Serie gibt. Und ich bin der Erste, der zugibt, dass die Serie wirklich ihre Probleme hat. Unterm Strich bin ich aber trotzdem vor allem im zweiten Run gut. und tatsächlich auch für mich persönlich positiv aus der Serie rausgegangen, weil ich so ein Kenobi und Hugh McGregor vor allem bin. Ja, ich weiß, es wird gewettert über viele Dinge in der Serie. Auch über die kleine Leia, die ich finde, ich gar nicht so nervig fand wie der Rest der Welt. Aber das ist eine andere Geschichte. Obi-Wan hat für mich abgeliefert und deswegen habe ich mir das T-Book auch geholt. Eine weitere Vorbestellung, die jetzt in der Pipeline ist, ist tatsächlich Andor. auch wenn es sich nicht mehr wirklich nach Star Wars anfühlte, fand ich die Serie gut. Auch die habe ich mir noch bestellt. Bei Ahsoka werde ich allerdings nichts unternehmen. Das wundert euch wahrscheinlich nicht, wenn ihr den Livestream mit dem Film floh zum Thema der Ahsoka-Serie gesehen habt. Aber jetzt bleiben wir bei Obi-Wan, den ich ja wie gesagt insgesamt dann noch ganz, ganz okay fand und den ich auch ganz gern gesehen habe. Gern genug, um jetzt diese Edition anzuschaffen. Hier sehen wir, was Disney tatsächlich macht. Ich meine, die Steelbooks sind teuer. Sie sind eigentlich auch zu teuer. Aber Cover können sie. Ich meine, das Cover sieht schon cool aus. Muss ich zugeben. Und das gilt natürlich auch für die Rückseite, wo wir so ein bisschen diese Tatooineinsamkeit haben, die ich mir auch für größere Teile der Serie gewünscht hätte und nicht nur am Anfang oder am Ende. Aber das ist nicht nur ein kleiner Spoiler, sondern auch müßig an dieser Stelle zu verhandeln. Die Serie ist, was sie ist. Und man kann damit entweder umgehen oder man kann es nicht. Ich kann es. Hier kommt noch mal das Spine. Das ich nicht vergesse, das Spine von Obi-Wan. Hello there, das Spine. So, okay. Und jetzt gucken wir noch mal rein in die ganze Geschichte. Denn wir haben natürlich auch wieder Inhalt. Es ist eigentlich wie bei den Mandalorian-Staffeln. Wir haben hier die 4Ks. Ihr seht hier die beiden 4Ks mit den 8 Episoden. Und es waren nur 6, Entschuldigung, mit den 6 Episoden. Dann haben wir denselben Bums noch mal auf Blu-Ray. Und natürlich Art-Cards. Leute, Leute, Movie Seeker und die Art-Cards. Naja, gut, okay. Also, ich muss noch mal ein Statement zu Art-Cards machen. Ich bin kein Fan von Art-Cards. Ich habe das Gefühl, viele Studios und da ist Disney, glaube ich, auch keine Ausnahme benutzen, die hauptsächlich, um den Preis ihrer Editionen anzuheben. Ja, es gibt gut gemachte Art-Cards. Ich erinnere an das Pick-Up-Video von letzter Woche. Die Crow-Art-Cards waren schon vom Stil her ganz schick mit der matten Optik, dem Ange-Aged und dem Zitat auf der Rückseite. Genau dasselbe gilt für die Art-Cards in der Crimson Peak Limited 4K Edition, die ja auch sehr schön waren, indem sie noch mal eine Rückenillustration der einzelnen dargestellten Charaktere hatten, die so ein bisschen auf die Rollen im Film verweisen. Das lasse ich mir gefallen und das ist ja auch okay, aber im Allgemeinen, ganz ehrlich, Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, wer braucht Art-Cards? Die hat man immer in der Box der entsprechenden Edition. Ich hänge mir die nicht an die Wand, ich klebe die auch in keine Sammelalben. Die sind eigentlich relativ redundant, so schön sie vielleicht auch gestaltet sein mögen in einigen Fällen und dienen manchmal dazu, einfach den Preis anzuheben. Ich bin kein Fan von Art-Cards. Aber jetzt sind sie schon mal hier und jetzt zeige ich sie euch auch. Das sind die Art-Cards, die so ein bisschen Illustrationen mit der Serie zusammenhängend zeigen, die sich halt so ein bisschen am Stil des wundervollen Ralph McRowys, dem Production-Designer, dem Production-Painter der ersten drei der Episoden vier bis sechs Star-Wars-Filme orientieren. Und ja, ich mag den Stil ja sehr gerne und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es keine schönen Motive sind, das sind schöne Motive. Aber jetzt mal ganz ehrlich, liebe Leute, muss man dafür dann 60 Euro bezahlen? Könnte man diese drei schluppelnden Art-Cards nicht einfach weglassen und sagen, hey, dafür machen wir die Box zehn Euro günstiger. Naja, habe ich bei meiner Lorien auch schon gesagt, sage ich jetzt nochmal, ich hätte sie nicht gebraucht, aber sie sind nun mal da, ich habe mir das Ding angeschafft, ich wusste, dass die drin sind, also höre ich jetzt auch auf zu meckern. So, jetzt möchte ich euch aber nochmal kurz eben die Stilbook-Illustration zeigen, die das Innere des Stilbooks ausmacht und deswegen muss ich die Discs dann tatsächlich einmal kurz rauspflücken, was ein bisschen dauert, aber ich kriege das schon zugelabert, die Zeit, denn, da ich das Hintergrundbild des Stilbooks tatsächlich auch wieder sehr schön finde, wie gesagt, Covers kann Disney ja offensichtlich, wenn sie dann wollen, zeige ich euch das Ganze nochmal leergeräumt und hoffe, dass es nicht zu sehr spiegelnd ist, dass ihr es ein bisschen sehen könnt, also ich finde, dass das schon ein schönes Hintergrundbild für das Stilbook ist und wenn man sich das nochmal von außen als Gesamt-Illustration ansieht, muss man sagen, es gilt für die Mandalorian-Stilbooks, es gilt für Obi-Wan Kenobi, das sind schöne Sachen, das sind schöne, schöne Illustrationen und insofern bin ich dann unterm Strich auch zufrieden, wenn ich mir dann auch das Meckern manchmal nicht ganz verkneifen kann. Es geht weiter mit den Vorbestellungspickups und wir kommen zu einer Nicht-Sonder-Edition für die Abwechslung, denn vor kurzem hat meine Familie zwei Animationsfilme nachgeholt und ich sage jetzt meine Familie, denn ich war nicht dabei, ich habe sie tatsächlich nicht mit nachgeholt, aber Mrs. Movieseker und Movieseker Junior haben sie zusammen geguckt und das geht um eine Reihe von zwei Animationsfilmen, die gestaltet wurden von Chris Miller und Phil Lord, die ja auch den Lego Movie gemacht haben, die fast die Solo-Story gemacht hätten, das hätte ich von denen auch gern gesehen und die ohnehin so ein paar wirklich witzige, schöne Einträge an Animations- und anderen Komödien gemacht haben und deswegen ist das ein Film, der schon ein bisschen zurückliegt, der erste Teil dieser Serie, es geht nämlich um Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, Teil eins und Teil zwei, hier in einem preiswerten Blu-ray-Doppelpack, das ich für einen kleinen Taler geschossen habe. Der Grund, warum ich mir die angeschafft habe, ist ganz einfach, den ersten Teil habe ich mit Mrs. Movieseker vor längerer Zeit, 2007 war es glaube ich, im Kino gesehen, ich weiß nicht, war das 2007 oder war es sogar noch früher, also so um den Dreh auf jeden Fall, habe ich den mit Mrs. Movieseker im Kino gesehen, fand ihn ziemlich witzig und habe ihn dann aber, wie sie ja, so ein bisschen vergessen und vor kurzem hat mein kleiner Movieseker Junior den Film im Stream entdeckt, auf Amazon Prime war es, glaube ich, für kleines Geld wurde der geliehen von meiner Frau und meinem Sohn und die haben den nochmal geguckt, fand ihn wirklich wieder frisch und witzig und haben mir gesagt, du hast den ja nicht mitgeguckt, aber der lohnt sich eigentlich und dann habe ich mir gedacht, okay, ich hatte ihn ja noch als ganz gut in Erinnerung, schaffst du den dir einfach mal physisch an für dein Animationsregal, vor allem weil der so günstig war, ich habe da bei Amazon jetzt für beide Filme zusammen 8 Euro bezahlt, der war gerade runtergesetzt, 4 Euro pro Film, das gibt es auch auf keiner Filmbörse oder im Stream günstiger, also habe ich mir gedacht, mache ich das doch mal. Mrs. Movieseker und Movieseker Junior haben tatsächlich auch Teil 2 geguckt, den sie auch noch ganz witzig, aber nicht mehr ganz so gut wie den ersten fanden, ich habe den zweiten Teil nie gesehen, das wäre eine Neusichtung für mich, der erste wäre eine Nachholsichtung für mich und beides möchte ich ganz gerne tun, denn gerade der erste Teil, da möchte ich mal gucken, ob der tatsächlich so gut gealtert ist, wie meine Familie mir das erzählt, da habe ich mir gedacht, lohnt es sich doch, diese beiden netten Filmchen mir noch mal in mein Animationsregal zu stellen und so ist es geschehen und ich freue mich auf die Sichtung und gucke noch mal, ob ich da noch an derselben positiven Stelle stehe mit dem ersten Teil und wie der zweite für mich funktioniert. Wolke mit Aussicht auf Fleischbällchen, ja, auch eine kleine Lücke im Animationsregal, die ich jetzt gestopft habe. Wir machen weiter mit der, mit dem letzten Titel für heute und das ist auch wieder eine Sonderedition und mit dieser Sonderedition ist ganz großer Frankenfloh-Alarm angesagt. Warum das so ist und welche Sonderedition das ist, sage ich euch jetzt. Es geht nämlich um einen Film, den ich hier sowohl schon in Blu-ray 3D als auch in Blu-ray 2D stehen habe und ihr kennt das ja, Movie Seeker kann im Moment leider kein 3D mehr abspielen, deswegen habe ich bei einigen Filmen, die ich in 3D sehr geschätzt habe und die 3D-Version behalte ich natürlich auch, falls es irgendwann mal wieder geht mit dem 3D, wer weiß, warten wir ab, was die Zukunft bringt. Ich bin also zu der Praxis übergegangen, mir einige Filme, die ich in 3D besaß, tatsächlich jetzt als 4K wieder anzuschaffen, wenn es die in 4K gibt, um auch da eine schöne Bildqualität zu genießen und das habe ich auch mit diesem Film so gemacht, denn er ist mir sehr nah, er liegt mir sehr am Herzen, ich mag ihn wahnsinnig gern und als ich rauskriegte, dass man aus den Staaten tatsächlich eine 4K-Version importieren kann, habe ich mir gedacht, das mache ich doch mal und habe damit einen kleinen Nachteil in Kauf genommen, abgesehen von Zoll und langer Lieferzeit, jetzt ist das Ding endlich da, einen anderen kleinen Nachteil noch in Kauf genommen, von dem ich euch gleich berichten werde, aber zuerst einmal zeige ich euch die Edition, es geht nämlich um Hugo, im deutschen Hugo Cabret von Martin Scorsese, den fand ich an 3D schon total toll, da habe ich in einem früheren Video aus den Anfangstagen meines Kanals die 3D-Version mal vorgestellt und hier ist tatsächlich jetzt die 4K-Version von Arrow Video, ja schon wieder eine Spezialedition von Arrow Video, so wie seinerzeit Crimson Peak, nur dass das hier leider nicht nur eine 4K enthält, sondern auch Blu-rays, die natürlich dann den Regionalkode haben von Amerika und die bei mir nicht abspielbar sind. Warum das kein Problem ist, schon wieder falschrum, das sage ich euch jetzt gleich. Erstmal kurz zu dieser Edition, ihr habt das Spinegrad gesehen, ich finde das Motiv des Titels sehr schön, auf der Rückseite haben wir das Bonusmaterial aufgelistet, will ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, obwohl das Ding jetzt nicht so speziell ist wie die Crimson Peak-Version, wir haben hier halt diesen, ich finde vom Cover sehr schön gestalteten Schuber, der eine Emory-Box, eine Emory-3-Disc-Box beschützt, dessen Cover gleich schon wesentlich weniger spektakulär daherkommt, aber dafür gibt es ja den Schuber und hier haben wir nochmal dieselbe Auflistung von Bonusmaterialien und Tonspuren und so weiter, aber vom Inneren hat das Ding tatsächlich noch ein paar innere Werte, ich zeige euch das Innere, das ist ja kein Steelbook, aber ich zeige es euch gleich nochmal kurz genauer, wir haben hier nämlich als Bonusmaterial noch ein paar Sachen, die tatsächlich, finde ich, schon eine Erwähnung verdienen, deswegen zeige ich sie euch jetzt auch hier und zwar haben wir einmal hier denselben Werbeflyer sehe ich gerade, der auch bei Crimson Peak beilag, den überspringe ich jetzt einfach mal holtvoll, das ist ein Angebot, Get 30 Days for 3, da geht es um ein Streaming-Angebot in Amerika, also egal, was wir haben tatsächlich ist ein nettes kleines Booklet, wenn, also es ist ja kein Mediabook oder Steelbook, das Ganze, aber wir haben ein nettes kleines Booklet zum Thema Hugo Cabret, auch schön mit Bildern versehen und das hat tatsächlich als Inhalt Carson Crew, Cinema Mon Amour, also ein Artikel über die Geschichte des Kinos, wer Hugo kennt, weiß, warum es in diesem Artikel über die Geschichte des Kinos geht, kurz was über den Transfer und Production Credits, das sieht dann so aus, das Ganze ist relativ dünn, aber enthält tatsächlich durch diesen filmhistorischen Artikel und natürlich auch eine Bilderstrecke mit Behind-the-Scenes-Material in diesem Fall und Szenenbildern, wie ihr hier seht, trotzdem ein wenig Text, ich habe den Text noch nicht gelesen, dafür ist das Ding noch nicht lang genug hier, auch da werde ich in einem Film, den ich nachgeholt habe, wieder natürlich über die 4K-Fassung und über den Text in diesem Buch berichten, wir haben ja hauptsächlich Szenenbilder, wir hatten am Anfang ein Behind-the-Scenes-Bild, wir haben hier den Informationstext mit weiteren Szenenbildern, es ist jetzt nichts Großartiges, aber es ist trotzdem schön, finde ich, dass es da ist, wir haben über den Transfer, den auch Martin Scorsese persönlich abgenommen hat, wie seinerzeit Guillermo del Toro Crimson Peak, in dem anderen Video hatte ich es erwähnt, und nochmal die Production Credits und Special Thanks unter anderem auch an den Regisseur. So, das Booklet finde ich eine schöne Sache, dass das drin ist, es kann sich natürlich jetzt nicht mit einem Mediabook messen, aber ich freue mich trotzdem, dass es da ist. Und dann haben wir tatsächlich auch einen Filmposter, das ähnlich wie bei Crimson Peak als Wendeposter daherkommt. Wir haben hier einmal das, finde ich jetzt nicht ganz so tolle Motiv, das so ein bisschen expressionistisch anmutet, des Emery Keep Cases. Und wir haben auf der Rückseite auch hier das ursprüngliche Kinoplakat, was natürlich hübsch ist, ich aber nicht wirklich Platz habe aufzuhängen. Trotzdem habe ich natürlich nichts gegen Filmposter. Ab und zu sind ja auch mal wirklich ein paar schöne dabei. Dann haben wir hier die 4K Disc, die natürlich bei mir abspielbar ist und über die ich sehr glücklich bin. Was diese Box ursprünglich auch enthalten hat, waren zwei weitere Blu-rays mit weiteren Bonusmaterialien und natürlich der 3D-Fassung. Also wir haben eine weite Blu-ray mit der 3D-Fassung gehabt und eine Blu-ray mit verschiedenen Bonusmaterialien. Die sind aber tatsächlich in Deutschland auf meinem Code-2-Player nicht abspielbar. Trotzdem habe ich mir diese Edition bestellt, weil ich Hugo Cabret sehr gerne auf 4K wollte. Ich habe natürlich auch Gutes im Vorfeld über den Transfer gelesen bei meiner Recherche und das hätte ich mir das Ding nicht einfach so angeschafft. Ich guckte also schon im Vorfeld, vor allem bei so einer aufwendig zu kriegenden Version. Und dann habe ich mir gedacht, hey, mache ich doch einfach den Frankenfloh, denn die 3D-Fassung der Blu-ray, die hier drin war, ließ sie nicht abspielen, aber ich hatte die 3D-Fassung ja noch auf Deutsch. Und so habe ich die hier reingepackt, die deutsche 3D-Fassung und auch noch mal die deutsche 2D-Fassung, sodass ich jetzt, der Film hat ja hier keine deutsche Tonspur als 4K, die Blu-ray mit deutscher Tonspur am Start habe und die Blu-ray auch noch mal in 3D. Und natürlich, ja, ich gehe einige der Bonus-Feature-Retten verlustig, die ursprünglich auf der amerikanischen Blu-ray waren, aber die meisten der Featurettes, die hier tatsächlich bei Hugo am Start sind, auf der amerikanischen Blu-ray sind, auch auf der deutschen Blu-ray zum Glück zu finden. Und das wichtigste Extra, neben der 4K-Version, neben des 4K-Transfers, der mich hier besonders interessiert hat, das wichtigste Extra der 4K-Version, nämlich der neue Audiokommentar vom Filmhistoriker John Chirra, der befindet sich auf der 4K und lässt sich deswegen bei mir abspielen. Insofern bin ich mit dieser Edition sehr glücklich und freue mich, dass ich jetzt Hugo Cabret, ein Film, der mir ganz nah ist, den ich wirklich wahnsinnig gern mag. Also einer von Scorsese ist absolut ein Lieblingsfilm von mir, dass ich den jetzt endlich mal in 4K nachholend sichten kann. Darüber werde ich natürlich auch gern berichten. Ich freue mich über diese Edition und sie schließt jetzt auch dieses Video ab, indem ich euch die Vorbestellung aus dem Mai 2024 präsentiert habe, die jetzt endlich angekommen sind. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude bereitet, mir dabei zuzusehen, wie ich den ganzen Bums hier in die Kamera halte und euch dazu was erzähle. Gerne mache ich in nächster Zeit auch meinen Film, den ich nachgeholt habe, Video, wenn ich wieder etwas die Zeit finde. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem heute euren Spaß und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den einzelnen Titeln haltet. Ein paar weitere Vorbestellungen sind für mich ja noch in der Pipeline. Die machen wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die tatsächlich auch da sind. Mache ich euch dann nochmal ein Video zu. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich freue mich auf eure Kommentare zu den Titeln und sage natürlich immer wieder am Ende, wie immer am Ende. Vielen Dank eurer Aufmerksamkeit und natürlich wie immer am Ende auch. Keep seeking.